Bubble Tea oder ein Strauß Blumen? Hmm, Bubble Tea. Bubble Tea oder ein Batman-Tanga? Das ist schwer. Bubble Tea. Bubble Tea oder diesen fancy Bubble Tea Becher? Boah, der sieht schon nice aus. So robust, aber ich nehm Bubble Tea. Bubble Tea oder diesen Mann hier heiraten? Bubble Tea. Okay, Bubble Tea oder du rauchst hier Zigaretten. Hier ist ein Aschenbecher, du bist rauchfrei. Boah, das ist echt krass, aber Bubble Tea ist halt geiler. Okay, Bubble Tea oder 200 Euro? Hmm, Bubble Tea.